So, Rocco Banan. Hallo, ihr seid hier wieder bei mir. Äh, ne, eigentlich nicht, ihr seid nur bei euch zu Hause. Oder woanders, unterwegs. Oh, sei hier, ihr seid in Quarantäne und guckt das mit eurer Familie. Jedenfalls gebt ihr mir Geld, ich mag euch, deswegen. Don't hate it bitte nichts. Außer ist es für mich. Außer an mich. Wir haben jetzt auch eine Petition gestartet für behinderte Kinder. Bitte unterstützt Armin. Na, bist du eine Lüge. Nein, 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 wir mögen die nicht, aber... Armin, jetzt, ich bin der, der ist so geistig etwas eingeschränkt. Der lebt noch so vor 50 Jahren, wo Technik noch nicht gehabt, als er das Big Boy... Ach, halt, der Maul. Ja, aber es ist in jedem Fall, will ich mindestens einen Booth-Joke haben. Den machst du für mich, okay, wenig? Hier, ein Part, einfach, jeder fünf Minuten. Ich glaube, den muss ich nicht mal machen, der rutscht einfach so raus. Wo? Hä? Der, wo wohl immer sagt, der nervt die Wunsch. Wisst ihr, was das Gute ist, wenn Armin Dias findet, der kann den nervt sie nicht abhauen. Der, wo wohl immer sagt, wo... Ja, Armin, ich hab' ein Wünscher daran nicht sehen, wenn du welche findest. Was kannst du schön vergessen? Kannst du hier vergessen, da, mit Dias Balten. Habt ihr aber schon Dias aus Amerika? Oder bin ich der einzig krasse Typ von uns? Aber ich sogar alleine arbeite. Hm, ich hab' grad' noch mal... Wie kann Armin von Skelettershosen sein, wenn ihr nur ein 1x1 oder seid ihr das nicht mehr? Hm? Ich hab' vielleicht noch gebraucht. Sei die nicht in den 1x1-Ding? Was für ein 1x1-Ding? Nein, 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 ich hab' grad in der Höhle. Achso. Aber das ist sogar ziemlich groß. Stimmt, ich mach' meine Höhle, einer auch. Ich meine, das ist sogar Höhle, weil es in der Höhle nicht sein kann. Meiner ist auch groß. Armin, du kannst dich einfach untergraben. Wer kann, du bist gelachen, ich hab' immer noch nicht, ich hab' über den Scheiß, witz gelacht. Armin, 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 Armin ist mein Mann, Läger. Aber was heißt das, dass ich denke, es ist sogar Kabel-Stone. Und, boah, Liga, doch Armin ist ein großer Fan von Diorit und so. Nee, ich glaub' für ihn gibt's ja gar keinen Unterschied, weil es ist für ihn alles Stein so. Hä, wir sind alle Geologen. Das war bis jetzt wirklich das unnötigste Viecher, was jemals in Minecraft dazu kam, diese Scheiß Diorit und so. Nee, für Geologen ist das ein Pfund. Wir sind aber keine Geologen. Also Rip, wenn du als Geologe Minecraft spielst, aber sonst. Wieso einfach einen Stein-Mod entwerfen? Viele nervige Steine ohne Sinn. Wir gehen in Fahrraddingen spielen. Ein Fahrrad-Simulator. Anstatt einfach echt Fahrrad zu fahren. Ja, einfach ein Fahrrad werden. Und dann ist das zwei Dir. Fahrrad, willst du jemanden beerdigen? Ist genau wie bei meiner Mutter, ne? Ich kann's doch einfach nicht merken, dass es ihr heißt, anstatt euch. Hat er schon mal erzählt, dass sie immer euch sagt? Ich schweige meine Mutter auf dem Internet los. Fick dich! Ich mach mal den Kabel. Ihr müsst immer Tipps gegen. Gegen Gegen. Gegen Gegen. 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 Meins. Stimme. Meins. Wir haben Kill-Auer also seine Kabel. Bestimmt. Blöds. Stimme. Blöds. verpistig du dreckst du es ist so schwer zu erkennen wie viele drei Blöcke immer sind ohne Licht Benutzer kennt sogar verwendet hatte ich nicht mal benutzen hier sind nicht mann anmählich macht mir Konkurrenz wir haben nicht klappen das hat sich ich habe neun wie viel 20 die Arzt er hat sich immer wohl in der Zollerwanderung er hat wohl die Partie haben wir zwei mit Exxon und die Augen neun seit neun ich hab 20 ich erst so das soll ich nicht mehr er hat eine 20 auf 4 mehr ich hab doch 20 war dich gleich wie viel ich hab so abgehoben richtig abgehoben megabastard fiktig 14 13 hat so ein bucheren sohn ja ja ich hab 20 ich auch noch eine quelle 50 welcher in der höhle sag mal sag mal kotze du willst deine kotze essen gemacht habe ich habe auf dem tisch dann hatten wir schon aus weil der raum so gestorben haben wir keine ersatzung gefunden haben nein wo ist der zelt gefeiert ja aber auch früher als in der cafetaria gearbeitet habe ich den leuten immer was für einen cent gegeben und irgendwann habe ich weiß man muss mir vorstellen ich habe immer richtig offensichtlich mit 10 cent ich gebe in sachen im wert von 10 euro wo ja und irgendwann habe ich einmal es gibt einmal fustie kostet einer oder 10 und dann gibt es so andere belegmarkt von der schule für sich der kostet 1 euro und andere für sie kostet 10 cent mehr ich habe auch gesehen den fustie für ein euro vergangenheit für eine rote in dessen wurde ich rausgeschmissen aus aus der cafetaria wo ich immer für 10 cent den welt von 10 euro geben habt ihr ruhig erwischt weil ich ein euro ich habe noch ein spore jetzt muss aber noch mal mitnehmen ich habe schon vor mitgenommen ihren mann war was ein bastard aber das wäre immer noch nicht paris in dem monopolis spiel gelassen dass ich sterbe wenig ja ehrlich sind die da war zu warm halten sie kennen mein lauer und bei für mich ist immer so aus dass er dann für die Kostüme auf und hat er so okay und ich glaube eine Ahnung in dem oder warum hat man die Kostüme die er ist aber sagt ja Prozent deutschen zum Beispiel oder deutscher wie sagt man die weibliche Version von albaner albanerin er brauchst du lucky horse ho albanin ein was ein lucky horse ho warte mal buchstabier mal lucky glücklich dann horses pferde und ho wie hohe das ist von das kannst du selber anlegen wie du kriegst kein Feuer Damage mehr du musst auf im Inventar auf genau das teste ich jetzt ob ich kein Voll Damage mehr bekomme das wäre ja ultra nice das steht da dran ja test ja teste mal als ich jetzt mal keep inventory aus kurz zeig mir wo du das machst Melek ich warum guckst du den Enderman an negativ voll Damage was hast du gesagt negativ negativ ich hab da was anderes gehört ne negativ nicht kann mich mal einer zu euch bringen ich bin ganz Zeit schon alleine ich suche die ganze Zeit hier oben nach euch und was bitte baue dich da einfach runter nein bitte warum ok ich tippe ihn zu mädig nein es ist ja hin zu mir ok erst mal ein mail hast du hast du spitzhacken nein aber ich hab ich hab dings ich muss welche welche geben ja welche welche geben ja holz danke ich hab ihn das ist langweilig also ami guck du mach so kann man mit du bist einfach geradeaus ganze Zeit durch ok ne ne ok kannst du mit dem an und jetzt gerade ausbauen das ist da ist da ist schon gebaut äh ich kann vielleicht gleich was hier ok alles gut ich hätte ihn doch nicht im team so schnell ich habe ihn also einfach nur gerade ausbauen er läuft jetzt den ganzen die ganzen weg zurück ja da fällt gar nicht ich habe keine ahnung jetzt läuft er wieder zu mir einfach nicht schlagen einfach geradeausbauen genau ich baue dann in die seiten rein ja aber ich krieg den anderen übrigens an die zuschauer nur dass wir sind langweilige meinfolgen als wisst ihr wisst ihr wisst ihr ich schreibe auch in den titel dass das langweilige meinfolgen sind ich will dinge zu sagen kohle pass auf natürlich wird es durch mich immer spannend aber nicht sagen wenn mich jetzt in lau steckt dann werde ich dich so abstechen ich bin an der lava er baut irgendwie so kohle ab der das lava warte 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 anstatt mich zu warnen oder so einfach weg haben wir müssen eine komplette eisensrüstung ich habe übelst vier eisen für dich ja gibt das kann ich auch haben bitte wie viele eisen habt ihr da ist der 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 nürnberger wieder zurück aus dürich ja ich habe drei städte 2 das lag 1 a 2 stecks hätte ich eisen ja mal wie ich finde ich mal wieder so gemeint zu mir bist dann mach ich das ja auch jemanden werkbank pass auf da kann lauer kommen stopp den zweiten mal habe ich nicht aufgeschrieben oder ist okay okay pass auf einmal stück für stück gleich kommt die reihe drüben machen ja aber da kommt ich mache die laba hier weg hier drüben unter dir ja dann passt es weiß nicht wie man es noch mal braucht hier weißt du wie man rüstung kraftet ja ja hier gibt die eisen gibt mir den rest der guckt doch auch gerne das hier dass sie kraften einem lavasee ich komme gleich wieder genial jetzt nicht durch die der so ich höre und da kann ich mein zeug an schweifen eine frage an die mann was jetzt weiter vor die werkbank gelegt hast jetzt da jetzt eisen aus dem ofen genommen obwohl ich ja 31 gegeben habe geschmolzen habe ich nicht ich kann aber nach 10 9 50 plus 6 sind 64 siehst du hast du eine eisensrüstung bricht mittlerweile muss ja auch anziehen armin du musst deine rüstung schweigende karten mann und bestätig oder du erlückte es in mir und sie ist er hat das schiff gedrückt und durchschnittlich aber schiff gedrückt im inventar genau das hat aber gemacht ich sehe es sich genau wie er das macht er will ich aber nicht kleiner lügner hier steht da noch ein bisschen eisen rein aus der sph medisch gab es irgendwas neues eigentlich das soll ja schon hier das sind zwei sporen wenn man den zweiten armin denkt nicht mal dran ey du bockst da ich hatte das gleich wieder zurück die rüchte was er gerade gemacht hat vielleicht mein rohmann genommen hat das auch man hat verlassen das fleisch reingelegt in den ofen ich habe mich dann einfach todes von der von der genau wir bauen jetzt weiter gerade und dann kommen wir in zehn minuten wieder hier und dann ist alles durch geschmutzten holz wir können noch verbrennen brauche ich nicht nein wir brauchen keine kohle schilder ich muss nur mein mühle weg ich gehe mal kopf doch doch er wird auf dem boden und sammelt wieder ein er ist ganz einfach seine füße aber nicht diamanten was müssen wir sehen wie weitet fliegt warum ja die macht er das was macht er er hat so das geht was kugel drückt halten nee nur du musst drückt gedrückt halten dann muss los ist wie weit es fliegt ja okay dann ja ich dachte gerade der schlägt da aber nur die luft muss ich zweck zu werfen ich glaube nicht dass das ein effekt in der mod ist er hat mal kugel ja kugel drückt hat er verleidung für sich hello what was denn nein armin kommen wir gehen jetzt weiter warte warte wolle brauchen wir machen was ist braucht man noch wolle naja ja da geht es los in deiner kopf hallo ist warte 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 einfach an nee so ist ganz kurz was soll denn alles warten haben hier ja wie lang oh hat eine höle gefunden ich glaube diamanten du kriegst keine ab ja da hat der schüler gelernt er ist wirklich diamanten hier sonst gehen okay du sagst einen abbau und ich erlaube es dir einzubehalten wo bist du ja aber nicht mehr scheiße konnten ich hier bis bei euch nach 1 2 ich weiß nicht wo du bist das hast du dich armin armin das funktionieren nur mit einer stein nein ich bin so ein idioter katlabs abgurten verklickern so dass es ein diamant ist hier ist noch mal diamanten ja okay deshalb lass ich dir komm hih oh kopf hier tja der hat sich einfach einer hat mich gescamt der hat sich einfach der hat sagt er einfach sechs sie haben hat likewise dass er sechs weil ich dir in die bischen über reingucken und wenn man ein abwasser dafür bräuchte ich ein jünger dieses städtischen ich muss ja ob sie ja noch mal noch mal kurz sind nr er ist jetzt 6 du bastard er hat mehr als ich haben sie denn insgesamt bekommen nicht die aber ich hab schon viel vorher gehabt ja okay aber an ihn dafür sind wir ab sofort im team okay Jörg wir sind eben alle aber wenn einer hat Probleme hat dann klären wir das heißt gibt dann den Tepa sich Lenni nähert und so ja kein Thema naja hier ist nichts können wir wieder zurück der leckung in einer anderen Ressenton hey du stehst du einfach still? nein er ist in Lava gelaufen äh bei mir steht der hier noch still äh du hast es weil er sich leckt hä? internal Exzeption Java kannst du mich bitte wieder zu dir tippen? ja weißt du was Lenni warum steifst du wieder dumm Lenni? ja ich hab bei mir nicht so geschrien in dein Mikrofon ich hab's nämlich nichts dahinter gesehen leider bei mir jetzt grad so hat geleckt Lenni man hat nicht einfach was verstanden wirklich? ja sag nochmal was hast du gesagt? warte mal ich weiß woran es liegen könnte vielleicht drückt meine Kralle vom Mikrofon auf die einen Taste Kralle? das ist ein Mikrofon ja auch so besser ist das besser? ey Armin das ist aber das letzte mal alter merken wir im Fall ja okay das letzte mal ja ich würde Armin jetzt nicht mehr tippen eigentlich nein 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 ich bin die letzte Chance die letzte Chance ja danach muss er selber runterlaufen warte Armin ich hol mal im Wasser einmal zur Not und du behält sie nicht weil ich glaub du weißt immer wie man den playst nein willst du vergessen in Panik deswegen ich bin ich bin ein Saver ja wenn ich einmal reinlaufe und dann komm ich wieder raus bau du einfach dort ab alles chillig ähm äh wollen wir nochmal nach unserem Eisen gucken ja können wir gleich machen warte wir bauen hier kurz lang oder du kannst okay Armin ich gebe dir jetzt einen Auftrag okay du gehst zurück und baust wieder alles ab und nimmst du auch alles mit äh Eisenhund und ah ja auch auch das ungeschmolzen nimmst du mit ich hätte echt der Rucksack auch holen lassen sollen ja sehr geil was hättet ihr machen Rucksack Rucksack noch holen lassen ja das hab ich mir auch schon nie überlegt na gut es gibt halt Schalke Kiste aber ja ja aber der ist ja später nochmal hin wo bist du lang gelaufen weiter ich wollte ich gleich habe noch einmal hier zu gucken äh 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 direkt beim owadn der think schade bei mir es sind die ganze Zeit äh 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 Leo руб Fischblöcke dann bist duck genre nerd ja dann wirst du beim a oder ich glaube in den mountain bio ich bin ja ja wo sieht man das weiter abschnitt bei f3 dass ich ein mädchen ich würde dich klären amelig da war jetzt bloß stellt Degar nur weil du denkst dass Julia zuguckt Degar aber ich werde sowas von alleine wenn es hier keiner hier schickt und du das siehst du ja äh dann schuldig ich bin von der Leiter und bin 70 Jahre alt das nimmt er bei Tinder als Dingens hmm als Gesicht irgendwie sein uh es gibt sich die sein uh uh geht äh den Diamant Spitzacken kaputt ja man kann sich später keine Vertaubung doch man dass sie von alleine repariert werden also wenn du XP einsammelst nice ich hab jetzt mal zwei Späne haben wir ja ich hab aber ich hab einen kleinen Sandmännchen was mir ganz hat die erst klar oder war da habe ich das gleich habe erst mal gefühlt drei jahre lang essen gefahren echt ich hab ein steck essen ungefähr also ein zick fleisch da hier da ich mir gleich das essen runter oder habe ich die eigenen sachen mitgenommen ähm nein noch nicht aber ich geh jetzt schmilzt ja weil ich habe mit sich denn ein an sich der es nach und schubst sich in die Lava äh bau trotzdem noch das eisen ab ja ja mache ich nur ein bisschen zwei Millionen gelände er habe ich schiebte auch mein Lichter wer kann man mal schlau bis hoch über den grünen 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 scheußes 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 schädlich die ganze Zeit für den ständigen also nicht mehr 4 nicht einfach ein schild kraft man kann einfach rechtsklicken und dann ist gar nicht schaden gemacht aber einfach eingeliebt und dann hat er wieder wahn gekommen du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst es ich zähle auf dich die hoffnung der menschheit ein die es einfach dies von ja pech gab aber auch so finde ich witzig weil wenn ihr armin aufsammelt ist es nicht diesbauen woche der armin auf sein wird aber doch nur dreifach zurückgeteatet stimmt der 6 eingesammelt als sechs fünf fach stimmt aber nur ein doppelt dann werden zwölf und dann davon dreifach 36 richtig und wir wurden auf deswegen einsteck und mit abrunden wenn wir bei 59er können wir wie auch schon dann über zwei stecks man 100 200 auf 100 bei 100 auf einsteck auf genau das meint man wundern bis 100 auf würde ich nicht sagen so zwischen gibt es größere Eisenquellen als 8 n hat man kleinere maximal nicht mehr in die jahre was 8 was machst du da hinten so lange ich habe mir fix ich habe eine für mich gemacht und später ja ich habe eigentlich aber dann dachte ich mir aber dann macht ihr so lieber behalten das erste spieler genug haben dann kann man es machen ich habe keine fackeln ne zur not für dich hat sich einfach ich brauche keine fackeln aber weißt du das hier machen armen die sichtige genies verarschen die wir lassen die einfach sich mit der picke holen und die machen dann die mit charling table auch mein Gott nur egal ist aber haben wir können er wird man hier drin gemacht er hat immer weiß ich gesagt hier sind sechs Silberfische ich bin ein bisschen zacken also ein oder zwei auslöchern haben wollte ich auch nicht und gar nicht mitgenommen nein habe ich doch mal ein bisschen mehr als er machte kraften würde ich wieder haben gehört 3 Blöcke 3 Blöcke? Das ist weißer Stein, der ist übel selten Der ist überhaupt nicht selten, der ist einfach nur nutzlos Nein, das ist gut, das ist sicher krass Naja, das ist richtig krass, das ist ein Baumaterial Naja, das ist einfach nur nutzlos Ich glaub seltener als Dias Ja, ich würde sagen, das ist nutzlos Junge, er weiß das, der war das Ja, der war einfach keine Schwiererfahrung Armin ist doof, aber er ist nicht so doof Hoffentlich Ja, wir machen fix Ja, mach fix Mach fix, mach fix Ich hab dann kein Essen mehr, ne? Ja, 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 Dias! Ja, Dias! Ja, wie macht ihr noch fix was? Ja Oh, ne ach da Quelle! Oh, Dias geil! Oh, schade, dass sie dir noch fix was machen musstest Ja, aber wie Dias, habt ihr? Ja, 16, 30 19 Oh, ja, und ich hab dann aber gesagt Er teilt die Hälfte mit Armin Ey, du hast doch aber schon Freude Er gibt mir seine alle, perfekt Geht da ist es geblieben Hm? Du hast doch gesagt, du teilst die Hälfte mit Armin Hallo, wie viel brauchst du noch mal finden? Gib mir dann alle seine 4, 4, oder? Das ist für Zweifel Wenn du den Fahndern brauchst mal 4 Obsidian, oder? Ja Was? Ich versteh ihn nicht, Akkursi Für den Schaden der Block von 4 Obsidian Ahhhh Ne, hab ich schon verstanden, aber ich hab's irgendwie nicht verstanden Versteht ihr? Ich hab's gerade aber mein Gehirn konnte es nicht verarbeiten, was er gesagt hat Ja, das lag aber an dein Gehirn Nein, das ist zu leise gesagt Nein, nein, es lag an dein Gehirn Du bist taub Also das kannst du nicht abstreiten Was? Armin hat ja auch nicht er schlau Ja, das war doch keiner Sideshow Das Ding ist, ich glaub, Armin ist nicht mal dumm Ich glaub, er stellt sich sehr gerne dumm Ich glaub, der mag's ja nicht rumschreit Armin? Direkt einmal Dias nebeneinander Geil Wer nennt sich ne Quelle? Wie er denkt sich grad schon aus, als nächstes plant Wie er mich schichig abfacken könnte, wo schichig rumschrei wieder Perfekt, dann zwei Quellen mal Armin, du musst alles Redzone immer abbauen, weil bei Redzone sind immer Dias Das ist ne goldene Regel in Minecraft Ja, ich hab das mal möglich geglaubt, das sind nie Dias Ich finde öfters nicht im Eigentier Das ist Rauchkotträger und Rauchkotträger sind immer gelogen Was? Ich hab noch nie gelogen Das ist nie zu weit Nicht einmal in meinem Leben, egal bei was Alle Rügtäger Weil wir alle wissen und alle wissen, dass es ne Lüge ist Ja, noch nie gelogen Das ist mir nicht gelogen, das ist ja genau Das ist nur alle Hey, Armin Bautias ab, ohne mir was zu sagen Einfach Gokko des Liebens, du schon Ich hab noch Wasser einmal Mann, du, die Tür baut doch nicht zu Du dummkopf Digga, ich will da Wasserplatz in Eckerfass mein Wasser weggemacht Hier kommen wir aus Eisenabgeschaft Dein Wasser selber gehört die Natur Nachdem ich in meinem Eimer gefangen gehalten ist Das ist ein Argument Sklaven, wenn ich die Erde ab Ja, ich mach das nicht Ja, ich mach das nicht Seht ihr, er ist dummgestellt, denn jetzt mach ich die Scheißarbeit Das schlägt er mich noch Komm er zur Lager, ich hab die Unleitung Er hast du die Öfen und so mitgenommen Ja Ja, das ist ja Ja, das ist ja keine Kraft Wir werden Kraften können Kraften Doch, das ist ja Kraften können und aber alles dort liegen lassen Tschüss, Tschüss Ja, dann baus nicht ab Ich hab nur gesagt, ich mach das Gib mal ne Fackel Mann Eis, ich so war der gute Witz Gib mal ne Fackel, Drop Mann, ich weiß es Ja, ich dachte und du bringst ihn tatsächlich Ah, geil, du kennst ihn Ja, ich hab auch nicht gewandt Sehr gut Hä? kannst du essen wo seid ihr bei welchen koordinat 60 714 1100 ich baue mich zu sein Leben ist er kommt noch mehr Kies und was er ist ich bin bei mir sagt er hat sich in uns 69 KG er soll sich damit so gut aber es wird nicht so gut haben jetzt nicht mal beim Bauern abbaus nie will er er ist nicht immer kurz hat man kurz nie gedrückt ah ja ich kann oben immer abbauen wenn du es nicht ganz so nahe Egal, ich muss ihn in die Seite bauen. Und ich denke, er versteht sich jetzt mal, wenn ich die jetzt bekomme, dann halte ich die einfach, ohne was zu sagen. Ich habe keine Bühne. Ich brauche mich nur noch geradeaus. Alter, ich wurde fast gefickt. Armin, komm wieder zurück. Ich habe die ausgebunden. Ah, ich, das muss ich. Jetzt habe ich auch mal Aufnahme, Kummer. Ich habe, siehst du da hinten, warte nicht abbauen. So, ich wollte nichts sagen. Ich wollte dahin, ihr auf einmal vor mir Lava gewesen. Wurde gar fast vom Kamerl. Sagst du das, ey? Verpiss dich mal, du Fett, sag ich, ich gebe dir. Nein, ich möchte es haben, ich möchte es haben, ich möchte es haben. Ich habe dir doch schon sehr viel gegeben. Ich möchte aber mehr haben, ich möchte neun haben. Dann finde welchen. Ja, verarscht. Ah, da war leider nur eine Zweierquelle. Nein, ich war es. Hier so. Wie viel hast du? Ehe, sieben. Ah, das tut mir leid, da oben war noch einer, der würde ich jetzt mir. Ja, das war 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 ja. Und so haben wir, wenn wir dir das finden, waren Hälfte, Hälfte und wenn es, äh, ohne gerade zu als gehe ich mehr. Was, wenn ich? Ein Krokodil lässt sich richtig hart abziehen, wird es auch 70, 30 gehen soll. Nein, ich sage doch nicht, wenn ich dir das finde. Ja, aber trotzdem, wenn wir die Hälfte aus 70, 30 gehen können. Nein. Guck mal, ich bin nur 80, 30, hoch. Ich weiß noch damals, wie ich an mir war, als ich zum ersten Mal die Erfahrung habe, ich habe mich so gefällt, wie so ein kleiner 90, 10. Ja, aber der hat schon seine, was die 85 gefunden hat, aber trotzdem hat er sich. Wenn wir neun finden, dann geht alles an mich, weil es ja 90, 10, erst ab 10, 10, ab 10, ab 10, ab 10. Zufällig kann man weder neun noch zehn noch einmal finden. Doch, ich glaube, das geht sogar. Okay, Armin, wir machen dann die, wenn es eine 1 bis 7, 2 Quellen, die ganzen Dias, und wenn es eine 8er Qualistik zu, die ganzen Dias. Was? Nein, ich würde einschlagen. Dicker, du kriegst 8, 07. Ja. Überleg dir auch. Wenn ich Pech habe, nur einen. Aber du hast ihn ja keinen. Und man muss sich vorstellen, es ist sehr wahrscheinlich, dass es immer 8. da kommen. Ja, ganz wahrscheinlich. Übelst wahrscheinlich sogar. Das ist eine 5. Ich würde sagen, es ist einfacher, die 8er Dias zu finden, als statt irgendeine Kuh. Oder ein Schwein. Verzeih mir einfach bei dem Fact. Armin Dias, komm zurück, lass die abbauen. Ey, Dicker, lernst du denn gar nichts? Nein, das war die doch ab. Deine Azul wurde echt verkackt. Armin, dich um. Armin, komm. Digga, kann man nicht überdeutschen? Ich finde, das ist so für die Dias, frage ich mich. Da an der Decke. Kann man nicht überhaupt deutsche Schleife? Die drei Krüste. Hinter die an der Decke. Hey, bis zu beher. Ja, da. Bau die ab. Wo kann ich die Babys? Wie ist ja, Digga, das ist mein Todesurteil. Die, ja genau, die Dias, baum ab. So, schade ich. Bau ab. Da, glaub mir, bei drei Babys, also mit Weisen, drei. An die Diasaufen Sie ... Ich finde, das klingt genau general. Nix. Da oben rechts. Wieso? Hat wer Essen für mich? Dann wird er, ich hab' ihn voll verarscht, als Apos-Lazely abgebaut. Dann ante ist die Echte, die hinten waren. Was war's Adam, mir anfang���? ein wo ist mit meinen meinen weg armin ich hab dich nur verarscht alter der zum jahr einfach ein eisenschwert was geht ab bei ihnen weiter geradeaus kann wirklich schön da waren keine die erst hatte ich noch verarscht da wurde so ein bisschen aus dem rausten von mann nicht bei granit und jurid haben keine dias nur nur bei stone also wir reden uns ein dass da keine kommen ich mache die ganze zeit border image hier aber nicht ja ich ist ein bastard und menschliches wurden 36 ist ein husensohn soll dann hier heiner wie geht es mal das ist ja es ist ja übelst dunkel bei dir normale wege mit der diapik in welcher unter mensch ist ja und guck an ihn und wegen solch man die welt kann leute mal keinen mein kopf mehr zurechtiger so wie lenni gibt dir gehört einfach du sollst tot sein ja ich war nie wenn da rein das warum bist du nicht tot lenny wie machen wir jetzt wer findet wer die jetzt findet hat gewonnen ja dann würde ich sagen wenn die baukarte außen heißt es in die geschichte ach hier ist eine hülle ich meine hier ist gar keine hülle bauen wir weiter in die wände ich hab's gehört das ist wieder eine zweigloch große hände sagt krass schade eigentlich armin komm mal her wir haben für die stoff du brauchst zwei ab und dann muss ich das bist du für ein auto kriegst keine mensch war bei gott du kriegst keine warte ich kippe rein du möchtest ja und unter dir ist sogar noch einer aber du sagst du sollst nur zwei ab und hier den darfst du haben ne den darfst du haben hast du ein bisschen eisen hast du ein bisschen eisen für mich für eine spitzhacke mach du mal wieder an die seiten rein ja ich meine eigentlich geschwärts hast du ich schon wieder an die seiten ja ok warum gibst du mir das angeschwärts ne ich sehe die nicht weil das ist nur angefangen als deck ich wollte nicht mehr den gab es auch mal ist sie nicht da finde ich mir ist so dunkel bei dir ja ich kann hier mal zeigen wie man sein gamma hochstelle am geschießt das spiel ja in einem musik geschließen schließt mal kurz warte mal warte mal man muss all der vier drücken es sind viel besser weil einfach kam also ich sonst hat eine bildschirm ja ich hab sogar ein shader drin was halt hier für fuzzis am schließt mal kurz weil ich mich da auch aber deine spitzhack ist kaputt wenn man jetzt verbindung drin ja du schließt das spiel kurz abbrechen spiele enden jetzt wieder windows das sehr ja und wenn der klater prozent sich an mein chef ist dann ist das so und da bist du auf schon steht ich glaube ich bin nicht zufällig schlafen neuner er hat mich gerade das meine ich habe ich zuerst welches ist das eine lg ist die er in holl zu der stelle noch auch schon zu nehmen texte teile er gibt zwei und zu nein options muss verstehen nein options.txt ja genau das ist die glaube ich weil wir einfach 100 einfach 100 wenn ich mache es mal kurz das verändern ja ich glaube tatsächlich oder von 100 ich sehe nichts aber wenn da eine einstehende ist das richtige und dann gibt es keine mit keiner welt 10 oder so ist schon das leben ja aber ich habe ja ich habe an lenni dass wir gar kein essen gehen dabei aber auch nur für youtube danke er denke ich habe geschmolzen ja ich denke die minuten 38 das war mal wieder eine längere folge